So weiter gehts heute mit dem Bus Simulator und wir machen heute weiter 2. Routen mit dem Transit-Serminal und besser die Routen von West-Occode auf 2, ne Stufen von West-Occode Ok, alles klar So Wer mal West-Occode auf 2 vermissen, das ist relativ easy Kannst du nicht Kann ich dich nicht verbessern? Kannst du das denn machen? Kann ich nicht So warte mal, ich muss wahrscheinlich die Haltestelle verbessern oder? Seedrift Square 4th Main Avenue East 3rd Street Äh Ist das Terminal hier unten? Ich verliere mich, dass ich die jetzt F-f-f-f-f-f-and-limits So ist das Terminal hier unten? So ist das Terminal hier unten? So ist das Terminal hier, ne? Chinatown 4, Highlander Park Church, Transit Terminal Verbindet 2 Routen Highlander Park Church Router wählen Router wählen Warte mal Router wählen Warte mal Router wählen East 3rd Nimitz & 3rd Highland Transit Terminal Highland Transit Terminal North Mall Gut Händer rüber übernehmen Ja So, verbessere 2 Routen, das heißt ich muss auf die Die Rote hier Die Rote hier Gute wählen Das wäre die Die Lila, ne? Äh, die Helikosche Grüne da So, die Die Lila, ne? Ja Das ist ja Wie kann ich die Zwei Rote? Ja Da gibt's die Das ist ja Ne? Ehe Sie Kriegt aber noch eine ist auf zwei perfekten wir brauchen nicht aufbauen okay gut da brauchen wir die heile in der park route auch aufbauen ich glaube ich wusste die stufen von 2 da bin ich ja gar nicht ich muss ja jetzt erstmal die stufe also kann ich auch besser sehen kann ich nicht erhöhen gut und soviel da zwischen zwei und fünf sternen für ort gehört so 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 ok 4 minuten gucken wir uns mal so ein visio hier oben ich habe ja ein paar minuten Zeit da kommt der Bus ja irgendwann ok ok ja du bist jetzt halt war ich muss jetzt aufbau ausbauen ich muss jetzt gucken dass ich jetzt die diesen halt in der park hochbauche Pusher 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 Ja, ich muss jetzt gerade Ja, es dauert jetzt alles bisher Ich muss jetzt gucken, dass ich Diese Rotte mal hier abgurط warte mal, da kommt der Bus äh, was soll ich? was soll ich? sieht es ja gerade aus, warte, kann das sein wann kommt denn der? wann kommt der hierher? der Bus gehört dir ja, das ist super, dankeschön so, gut, dann fangen wir mal ein bisschen die Router an so so so, alle aussteigen so, alle aussteigen ich muss halt, wie gesagt so 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 dann fangen wir so nochmal an, damit wir so ja auch immer mal komplett kennenlernen und äh, damit wir ja so ein bisschen auch die Effizienz erhöhen der Haltestelle das ist jetzt Haltestelle Nummer 4 hier so, die zieht jetzt links dann geht's zu Farb and Nimitz die an erster Haltestelle dieser Hilfe Hilfe oh, gekappt eine Fahrkarte bitte ja, machen wir so wenn meine Fahrkarte äh, äh, gut, halt was die Tageskarte einfach einfache Fahrt, bitte äh, ja so na komm, mit dem Taxi na komm, mit dem Taxi ist hier jetzt hier 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 So So jetzt hier rechts ist das stabil so ist das kalt heute abends tut mir leid Nee, schlimm. Es ist alles gut. So ein Typ wollte mir letztens einen Spiegel andregen. Ich habe aber gleich gewusst, dass er mich über den Tisch ziehen will. Hab ihn glatt durchschaut. Wenn Otter schwimmen, halten sie einander an den Pfoten, um sich nicht zu verlieren. Ist das so? Einfach verkattet. Einfache Fahrt, bitte. Normale Fahrt, Tageskarte. Danke. So. Geradeaus. Nächster Halt. Winter Avenue. Clempton Avenue. Hier rechts abbiegen. Clempton Avenue. So, Haltestelle kann ausgebaut werden. Das ist gut. Als wir klein waren, haben wir gerne Verstecken in Gringo gespielt. Das ist gut. Dann sind wir in der nächsten Reihe der neuen italienischen Restaurants. Ich werde das mal mit dem Chat. Mir fällt der Name des neuen italienischen Restaurants nicht rein. die so okay ich dachte mir jetzt vielleicht auch darüber nicht dass er wieder straßen Sie sind auf Sera-Street. Komm her! alles klar da hat er eingepennt hier erinnerst du dich an kate aus der mittelstufe wir sind jetzt relativ künftig man muss halt ein bisschen im kopf so ein geschmackvolles bus design nur hin bitte ok so so das karte danke ich kann zwar trinkgeld Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was für eine Nacht, ich bin völlig durch Achso, du wirst zwei haben Ich brauche mehrere Fahrkarten Okay, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte und drei Nur hin, bitte Ich brauche meine Mutter anrufen, sie schickt mir schon seit Tagen Nachrichten Okay Ich fahre jetzt noch dir einmal die Route und dann gucken wir ob sie vielleicht noch ein bisschen was ausbauen können Wir müssen sie ja immer wieder mit guter Zufriedenheit abfahren Was stimmt denn hier so? Und Zahltag Keine Unfälle, keine Sprachen So, ich gucke mal, ob ich jetzt die Highlander Parkstufe Ah, Highlander Parkstufe Haben wir irgendwas offen, was ich jetzt gerade... Oh ja, da ist eine offen Warte mal, da ist irgendwas auf der Route Mission annehmen Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt Dieses Mal habe ich definitiv die Richtige Ich nehme 30 Fahrgäste im Stadtteil Highlander Park auf Gestern ist mein Wochenticket abgelaufen So, Umgebungsmission ist es bekommen Ähm... Warte mal... Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte Nur hin, bitte Danke Ähm... Seniorenticket Einfache Fahrkarte Einfache Fahrkarte Zahltag Warte mal... Ah ne, herrlich zu laut Ähm... So... Normale Fahrkarte, Tadeskarte So, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte gegeben. So, äh, normale, einfache, frei. Perfekt, da kommt der Rollstuhlfahrer noch dazu, der nämlich jetzt drin ist, das ist mir jetzt gerade passiert, dann kann ich nämlich jetzt über Grieche, den kann ich jetzt sehen. Okay, ist drin, perfekt. So, dann machen wir mal die Dienste wieder rein. Ja. Fast ein Unfall gebaut, aber... Ist das jetzt hier rechts? Nächster Halt. Ist unerfentlich. Ist unerfentlich. Wo sind die fliegenden Autos? Schlechte Halteposition? Okay, tut mir leid. Passiert. So, der nächste Seite ist West Upward Bay. Der Auto habe ich noch gesehen. Ja, komm. Na, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Haie, komm. Ja, komm. Das ist ja gleich los. Habt ihr das jetzt, oder? und 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 Achtung! Das ist jetzt die Halbzeit Nummer 10, ja, ne? Ja, sobald ich jetzt da bin. Ich tu den Dickener dahin. Äh, die Fahrkarte, okay? Okay, okay. Seniorenfahrkarte, einfach die Fahrkarte. Äh, Senioren. Einfach. Okay. Und weil du die Zünke? Senioren. Wochen. Danke. Ja, sobald ich jetzt. Alles klar. So, fahren wir zum Transit-Terminal. Ja. Im Berge von der Neustelle, die wir da jetzt riecht haben. Hey, guys. Transit-Terminal. Das ist jetzt ein ganz schönes Stück. Oh, die sind dann fast nicht gesund. Hier habe ich jetzt schon mal, äh, Post 2, wo jetzt auch mein Telekwied in die Strafe herzurecht kommt, und da habe ich es nämlich wirklich nicht gesehen. Da habe ich nämlich auf den Dienst geachtet, auf den Verkehr nur geachtet. Also das neue Video geachtet. Oh, guck mal, das ist der Wege. Neun. Neun. Oh, da habe ich noch ein bisschen die Kurve verpasst. Und ich, das muss ich, das war ein bisschen zu weit. Oh, Alter. Wie sieht das da muss rauskommen? Was macht man jetzt mal? Hier ist wohl auf die Vorfahrt. Ne, das ist immer gut. So, hoch da. Geradeaus oder rechts? Die Richtung, ne? Genau. Ja, die Rolle. Geht sofort weiter. Ja, die Fahrkarte bin ich zu spät. Senioren. Einfach, äh, ich bleibe in die Karte. Ja, wollte einfach alle eine Fahrkarte, genau. Jetzt kann ich den Rollstuhl nicht rausmachen. Warte, ich muss den Rollstuhl nehmen. Was wird denn da wieder blockiert? Was wird denn da wieder blockiert? Was wird denn da jetzt gerade die Rampe? Was wird denn da wieder blockiert denn da ist gerade die Rampe? Ich bin in Koppelbock aufgewachsen. Eigentlich gar nichts, weil da ist jetzt nichts. Und kann da jetzt kein Haus im Milch geben leisten. Ich bin noch nie schwarz gefahren. Ich bin noch nie schwarz gefahren. So nervös. Was wird denn da? Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Ich bin noch nicht weg. irgendwas ist immer du kannst doch rausfielen die rappe kann ich ausgefahren wenn da irgendwas blockiert und ich weiß nicht was es ist ich habe jetzt einfach nicht mehr ja bin ich an der buch habe ich einfach mal verhauen ich kann doch nicht verfehlen dass die olle da ist die ich auf die reihe kriegt um aussteigen dann gebe ich vor die die verdammt was passiert und ich weiß nicht was das war und das ist die ganze schalte übel zur verspätung ich meine es ist hier zeitlich oder das ist hier ich habe mich so sehr gefreut ich habe mich so sehr gefreut es tut mir leid jetzt gerade aber ich dachte gesehen was passiert ist es ist ja der rote fahrer draußen warum meint ich immer warum ich höre zu es tut mir leid zu ich habe mich so viel zu verhauen so dann gebe ich mich laut haben wir denn noch das hätte noch irgendwas ist ja eigentlich alles werde weniger jetzt gerade gemacht so gut kann ja auch so ist über drei von sechs abbrechen marina marina nur noch modern aber ich muss halt Was ist das? ich kann hier leider nicht jetzt gerade erhöht die stufe der alte stelle von dieser reiht esmond avenue highlander park hotel clinton avenue clinton avenue san pablo and android esmond avenue clinton south amador south amador street clinton avenue clinton avenue ich kann leider nichts machen das ist das problem manövres esmond avenue clinton transit terminal transit terminal highlander park church clinton avenue esmond avenue clinton 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 passiert aber ich würde ja gerne diesen die stelle in der park auf 2 stellen ist ja da ist ja transit terminal south amador south amador south amador south amador Amador Street Clinton Avenue South Amador Street Terminal Highlander Park Church Transit Terminal Highlander Park Church Der Bus ist jetzt auf der Weg Aber ich kann halt in der Park gerade nicht auf zwei aufbauen Wahrscheinlich muss ich aber noch mal ein bisschen was dazu tun Jetzt kann man da was machen Ja, kann man da nicht Ja, kann man da nicht Sierras Street Sierras Street Sierras Street Sierras Street Transit Terminal Clinton Avenue Aber das ist halt das Problem, wenn ich ohne diese Hauptmission und diese zusätzliche Mission Kann ich nicht weitermachen Ich will GOOD Ja, es ist ein ganzes Ziel auf dem Weg District Töger Töger Ich will Vielen Dank. Ja gut, das ist halt jetzt das Problem, dass wir einfach warten müssen. Irgendwie dauert das jetzt alles. Ich glaube soweit. Es sind halt immer noch einige Einser dabei. 1, 2, 3, 4, 5 Einser dabei. Alleine im... Kann ich die nach... Kann ich die... 1, 2, 3... San Pablo and Andrade. Das ist gut so. Aber scheinbar müssen wir aber... Müssen wir noch weiter diese Haltestellen. Äh... Müssen wir noch einmal... Wollen wir... Dann müssen wir ja tatsächlich da nochmal hin. Ist das die Startroute? 1, 2, 8... 1, 2, 8... So, die löschen wir mal. Und bauen eine neue Route über diese Einser hier. Warte mal... Äh... Neuroter Stellen... Highlander Park Church... San Pablo and Andrade... Die... Highlander Park Hotel... Die... 1... Sí... Die da unten... Und raune da... Neu... Die kann keiner mehr... Ich... 3... Rückenkontrollieren brauchen jetzt nicht... Okay... Die kann rein... Die kann nicht, ne? Aber ich müsste bei dir, North Mall müsste eigentlich nochmal eine Stufe verlieren. Highlander Park Church, Transit Terminal, Esmond Avenue. Esmond Ave... Highlander Park Hotel. Heine Runde Wenden. Heel. Highlander Park Church. Leider sind das immer noch die Zwei. Ich muss eigentlich diese hier mal rausnehmen. Das ist die Lida, ne? Ja, die löschen wir. Ich weiß, dass ich jetzt gerade ein bisschen was... Ich muss jetzt ein bisschen was umbauen. Weil ich... Die Neueste. Die kriegt jetzt als Vier die Haltestelle. Die kriegt jetzt die mit dazu. Die kriegt jetzt die mit dazu. Die kriegt jetzt die mit dazu. Die kriegt jetzt das Terminal. Und hier. So. Jo. So. Gut. Ja, ich weiß, haben wir das jetzt gerade... So, jetzt gehe ich mal kurz auf. Könnte ich in der Rute setzen? So. Ich will jetzt gerade gucken, ob ich irgendwo eine Route habe. Hier, wo ich könnte was schon wieder ein Bus kaufen. Aber machen wir noch nicht. Oh, was wir machen könnten, ist natürlich nicht mal gucken, ob wir wirklich... Ob wir neue Busen verfügbar haben. So. Highlander Park Hotel. Highlander Park Hotel. Dann war noch einer. Transit North Mall. So. Gute weh. Die grüne Nummer. Ist das neu. So. Hemen wir mal raus. Dann. Dann immer die Große, die 10. Das ist nämlich dann die 10. Das ist dann die L wahrscheinlich. Die kriegt noch alles wieder dazu. Einmal, glaube ich, einmal alles, was... Ein Einser verboten. Aber nämlich, glaube ich, die ganzen Einser jetzt mit den... Ja. Genau. Jetzt haben wir nämlich die ganzen Einser verbunden mit den... Äh... Mit den... Mit den neuen Routen. Und in der nächsten Folge probieren wir es dann. Schauen wir erstmal, ob wir einen neuen Bus kaufen können. Und äh... Dann fahren wir die Route mal ab. Ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tchau, Tchau.